Die AfD, die Alternative für Deutschland, die einzige echte Volkspartei, ruft euch auf. Kommt nach Berlin am 27. Mai. Werden wir hier stehen, vorm Brandenburger Tor. Und ich hoffe mit vielen, vielen, vielen Menschen. Und gemeinsam mit Jörg Meuthen und Alexander Gauland. Und mit vielen, vielen Bundestagsabgeordneten. Wir wollen deutlich machen, wir haben die Schnauze voll. Wir wollen endlich eine Politik für uns, für die Menschen, die hart arbeiten und Steuern zahlen. Und wir wollen eine Politik der Toleranz und Freiheit und vor allen Dingen eine Politik der Gerechtigkeit. Hier muss endlich wieder Gerechtigkeit herrschen in diesem Land. Deswegen biete ich euch eindringlich, kommt mit nach Berlin, lasst uns ein deutliches Zeichen setzen. Für die Zukunft unseres Landes, Zukunft Deutschlands. Glück auf.